Da sind wir wieder zurück bei The Swindle Steampunk Adventure. 95 Tage verbleibend und wir müssen halt einen neuen Einbruch starten und die Slums sind immer noch das Einfachste. Hier brauche ich erst die Ab... äh, da fangen wir eben die anderen noch gar nicht ran. Das heißt, wir gehen wieder zurück in die Slums. Slami dami dami dami, Slami dami dami dami, Slami dami dami dami, Slami dami 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 dami, oh yeah, Slami dami. Der Ladebildschirm sieht ja nicht schlecht aus, also bloß, die hätte die Geräusche ein bisschen länger machen sollen. Jetzt ist es halt ruhig und das ist halt gerade so ein bisschen so... Okay, da warten wir mal. Ach komm, ich kann nicht hoch. Hört die Frage, warte ich jetzt? Also sie brauchen schon mal lange für den Weg, das heißt, äh, hier kann ich jetzt wirklich ohne Probleme warten. Ja, wie lange braucht ihr denn? Hallo, hallo, kommt ihr? Hässt ja aus wie ein alter Opa, ich bin ein alter Opa. Oh, ich breche meine Knochen fast zusammen. So. Danke. Money, 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 money. Oh verdammt, da komm ich gar nicht so weiter. Das heißt, wir springen mal außen lang. So. Das ist jetzt ungünstig, das heißt, dann sollte ich doch mal langsam wieder abhauen. Ach verdammt. Dass ich ein bisschen Geld mitnehme. Ein weiterer Einbruch. Was soll ich sonst machen? Das war jetzt echt wieder doof. Gebäude 219. Äh, ja. Okay. Oh. Oh, oh. Hat der eine lange Reichweite, was das den angeht. Ach nö. Okay, gut. Wir gucken mal, was wir jetzt noch erreichen können. Bis die Polizei kommt. Oh. Oh, da wirst du mich erwischen. Vielleicht stell ich doch nicht so dumm an. Doch mach ich absichtlich. Absichtlich. Ähm. Gut. Das ist echt fies. Ich weiß halt nicht, bis wohin die kommen. Okay, die gehen komplett bis hier vorne hin. Der auch. Ach, Tür zu. Ich weiß nicht. Mhm. Ich hab freundlich geklopft und hab die Tür aufgemacht. Und dann hab ich ihn einfach einen auf den Deckel gegeben. Okay. Okay. Was haben wir da? Hacking wird wieder nichts. Ah, das wird wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, nee, nee. Ich sieh's ja auch, wenn's zu schwer wird, dann sollte man lieber abbrechen. Oh, verdammt. Na, das ist ja jetzt wieder fies. Weil da wieder so ein Typ dabei ist, der wieder lange, lange braucht. Nicht er hier. Auf den muss ich jetzt erstmal warten. So. Okay. Jetzt ist nur noch einer. Wow. Mit viel Glück erwische ich jetzt den da. Okay, den haben wir erwischt. Okay, jetzt ist den da. Den haben wir auch. Ich mein' das jetzt da am besten. Oh, weia. Oh, verdammt. Untergefallen. Das war jetzt. Ja. Das ist typisch Strohplay. Oder? Das ist doch typisch Strohplay. 92 Tage verbleibend. Boah, ich hasse das, wenn die da sind. Diese blöden anderen Teile da, die sind echt merkwürdig. Oh cool, da unten ist auch noch Geld. Ähm. Ich hole die Tür zu. Warten, bis er sich umdreht. Und einen über den Deckel geben. Okay, die zwei könnten was werden. Oh. Geduld haben. Ah, das ist jetzt gemein. Das ist gemein. Der ist nämlich schneller. Aber okay, gut. Den kriegen wir. Yes. Ach, nö. Noch mal zwei von denen. Okay, die haben wir. Ah, danke. Capture Card. Ja, ja. Genau. Nee. Komm hier nicht hoch. Ah, schleichen. Also man macht hier auch Geräusche scheinbar. So, jetzt wollen wir da oben das Geld auch noch haben. Und dann wollen. Dann wollen. Den haben wir auch. Ah. So, auf den erwarten wir auch noch. Und dann, ich glaube, den haben wir gar nicht an. Oder? Geht nicht so aus. Genau. Geldtechnisch sieht das gut aus. Ähm. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Mitarbeiter terminieren will ich ja gar nicht. Kann ich hier nicht irgendwie einen Teleporter einsetzen? Oh, cool. Geil. Ich habe hier oben festgepackt. Ähm. Ja. Okay. Ich versuche hier gerade rauszukommen. Aber. Ähm. Ja, da würde ich mal sagen. Dann wende ich das heute wieder. Und dann gucke ich nach dem neuen Display. Weil, äh. Das ist ein No-Go. Das habe ich mir so viel Mühe gegeben hier. Einfach euch ein neues Display zu finden. Fand das eigentlich ganz cool. Und dann sowas. Hallo. Und die Beute walte ich auch nicht, ne? 112. Ja, 112 verloren. Das ist doch eine Schweinerei. Okay, Leute. Also. Während ich noch bei den ersten paar Leveln dachte, ey. Das ist das geile Spiel. Äh. War dieser Bug jetzt einfach wirklich für mich zu verheerend. Und zu frustrierend. Und, äh. Deswegen muss ich sagen, nee. Dann kriegt ihr heute die doppelte Portion an Folgen. Und dann war es das schon wieder. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich gucke nach einem neuen Let's Play Hotline. Tschö, tschö.